Olle, olé, olé! Olle, olé, olé! Olle, olé, olé! Ich freu mich drauf! Neon ist bei mir und ich habe den beiden gar nicht gesagt, was ich mit ihnen vorhabe. Ja, das ist richtig! Hi erstmal! Ja, hallo! Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Erstmal könnten wir, ich meine, es ist noch eine ganze Zeit her, aber jetzt ist ja alles gesendet worden, kurz über Schlager sucht Liebe sprechen. Was euer Fazit jetzt im Nachhinein ist, jetzt zwar unabhängig von den Zuschauerzahlen, die ja leider nicht so waren, wie man sich das gewünscht hätte, aber was habt ihr jetzt so als Erfahrung und als Ergebnis mitgenommen? Also für uns, ja klar, die Einschaltquoten waren leider nicht so gut. Nichtsdestotrotz war das für uns schon eine ganz tolle und auch interessante Erfahrung. Was uns ja viel unterstellt wurde, das sei alles gefaked und gestellt. Da können wir wirklich erhobenen Hauptes sagen, das war nicht so. Wir kannten unsere Frauen nicht, die haben sich ganz regulär beworben. Und es gab auch wirklich echte Tränen, als dann eine gehen musste zum Beispiel. Letztlich ist jetzt nichts draus geworden, das ist aber auch nicht schlimm. Wir haben gedacht, wir machen bei diesem Experiment einfach mit, weil wir haben ja auch nichts zu verlieren. Wir sind beide Single gewesen, immer noch, wer möchte. Und im schlimmsten Fall lernt man halt keine kennen und im besten Fall lernt man halt die Frau fürs Leben kennen. Das ist jetzt nicht passiert. Na gut, suchen wir weiter. Das war auf jeden Fall mal eine echt krasse Erfahrung zu sehen, wie das denn so hinter der Kamera dann ist oder vor der Kamera, wie man so ein Format dreht. Es war halt tatsächlich alles echt und nichts gestellt. Man muss natürlich die eine oder andere Szene mal zweimal drehen, so keine Ahnung, Tür aufmachen. Muss man von innen und von außen einmal drehen. Aber jede Emotion, die da gezeigt wurde, war einfach immer komplett echt. Das war immer der erste Take, der dann auch genommen wurde, weil alles andere ging auch gar nicht. Ihr habt ja gerade beide gesagt, ihr seid weiterhin Single. Ist denn trotzdem Kontakt erhalten geblieben? Hat man immer noch irgendwo Kontakt zu den Frauen? Ja, ab und zu schreiben wir noch miteinander. Meine, die Kim, schöne Grüße. Die wurden jetzt auch nicht gerade um die Ecke, irgendwo in der Nähe von Hamburg. Da kommt man aber nicht eben kurz so hin. Aber wir schreiben ab und zu und sind so immer noch in Kontakt. Bei dir auch. Ja, bei mir ist es so. Ich habe zu Natascha noch Kontakt. Schöne Grüße. Das ist jetzt auch über ein Jahr her, die Dreharbeiten. Natascha hat inzwischen einen anderen Partner gefunden und auch mit diesem Partner schon ein Kind bekommen. Also der Marlon, ganz, ganz süßer kleiner Fratz. Beste Grüße auch an die neue und junge Familie. Alles Gute euch, ne? Dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Thema, was ich habe. Du hast nämlich einen Becher in der Hand. In diesem Becher ist nichts Flüssiges drin, sondern wir spielen Wahrheit oder Wahrheit. Wahrheit oder Wahrheit. Okay. Huiuiui. Du bist hier genau richtig. Und du darfst jetzt mal als Erster ziehen und mal schauen, was da für eine Frage rauskommt. Oh, ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Was war die schlimmste Bestrafung, die du jemals bekommen hast? Boah, eine schlimmste Bestrafung. Jetzt muss ich mir mal ganz kurz überlegen. Ich bin nicht bezahlt worden. Die schlimmste Bestrafung. Ehrlich gesagt, so wirklich was richtig Schlimmes. Das wird jetzt gar nicht so spektakulär. Ich glaube, das war, es gibt ja so einen kleinen Schnaps. Der heißt Krabbel-die-Wand-Enough. Wie heißt der? Der heißt Krabbel-die-Wand-Enough, weil genauso schmeckt der auch. Der möchte zu die Wand hochkrabbeln. Der ist so unfassbar schrecklich. Den muss ich einmal trinken. Wer den trinken möchte, das ist eine gute Mutprobe für andere Leute. Kann ich nur empfehlen, ansonsten ist er wirklich schrecklich. Was hältst du für deine beste Eigenschaft und was ist die schlechteste? Oh, jetzt muss ich mich erstmal selber loben. Meine beste Eigenschaft? Ei, ei, ei. Ich würde sagen, ich bin doch ein sehr ehrlicher und loyaler Typ. Freundlich, gutaussehend. Das sind schon ganz viele eigentliche. Die beste. Achso, die beste. Ich glaube, Loyalität würde ich sagen. Ich mag keine Ungerechtigkeit und versuche auch danach zu leben. Bin immer jedem ehrlich gegenüber und ich finde, das gehört sich einfach so. Die schlechteste Eigenschaft ist, ich schwitze wie ein Schwein auf der Bühne. Ist aber keine Eigenschaft. Ich würde sagen, dass ich so unglaublich ungeduldig bin. Ich bin ein unfassbar ungeduldiger Typ. Wenn einer das nicht beim ersten, zweiten Mal kann, beim dritten Mal flippe ich schon aus. Das ist ganz furchtbar. Ich entschuldige mich bei allen, die ich immer so anfahre. Ich versuche mich zu bessern. Entschuldigung, Turm. Ich crash mal eben rein. Er ist auch ein kleiner Monk. Wenn nicht alles so schön gerade ist, wenn das Besteck irgendwie falsch einsortiert wird in die Spülmaschine rein, das ist schon falsch. Ist das der Grund, warum du noch Single bist? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, ja. Ja. Womöglich. Also eine Frau, die mich kennenlernen möchte, die muss schon damit irgendwie klarkommen. Es muss alles beim ersten Mal klappen und du musst die Spülmaschine richtig einräumen können. Wollen wir noch eine Frage machen? Ja, klar. Wieso nicht? Soll ich mal machen, ja? Komm hier, das lacht mich schon so an. Was machst du heimlich vor dem Spiegel, wenn keiner zuschaut? Dann werden zum Beispiel die Nasenhaare geschnitten, an den Zähnen rumgepult. Ganz schlimm. Und das eine oder andere Mal habe ich tatsächlich sogar schon mal so eine Augenbraue da versucht, gerade zu zupfen. Ja, habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Du musst sogar keine Augenbrauen machen. Ja, das war der eine Versuch, wo ich es mal gemacht habe. Das ist ziemlich in die Hose gegangen. Sowas in der Art. Aber man sagt ja auch gerade Männern nach, die würden vor dem Spiegel stehen und dann posen und ist nicht so. Das Gute ist, wir sind beide, sagt man uns nicht nach, aber wir sind relativ uneitel. Natürlich guckst du, bevor du irgendwo hingehst, erstmal in den Spiegel so, dass die Haare einigermaßen sitzen. Aber mein Gott, wir schminken uns jetzt zum Beispiel nicht oder sowas. Viele Kollegen machen, würde mir nie in den Sinn kommen. Außerdem wäre das auch völlig sinnlos, weil ich schwitz auf der Bühne so. Das würde total... Der Mascara, alles verläuft, Gottes Willen. Nein, wir sind völlig uneitel. Es ist jetzt mal eine Zeit lang... Ich gehe jetzt regelmäßig ins Fitnessstudio und da habe ich tatsächlich mal eine Zeit lang geguckt. Ändert sich nichts. Macht also nichts, also habe ich aufgehört damit. So, eine darfst du noch ziehen und dann haben wir es. Na ja, ich freue mich. Was findest du an dir besonders schön? Das sind doch auch Fragen heute. Ich habe das nicht... Ich habe das nicht so sortiert. Was finde ich an mir besonders schön? Also zum Beispiel mein Whirlpool zu Hause. Mein Kühlschrank, der ist immer voll bis oben hin. Und mein Turm, der mich immer unterstützt. Ich danke euch. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen herzlichen Dank und viele Grüße an Ballermann Radio. Immer einschalten. Die besten Joos. Viel Spaß. Eure Neos. Ciao.